Hi, ich hab was interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben. Sie proben nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Was geht Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2016. Wir sind heute beim zweiten Rennen der zweiten Saison in Warrhein. Und ja, hier seht ihr gerade die Ressourcenpunkte, die wir im Training erhalten haben und auch das Trainingsergebnis. Dort seht ihr, es war ganz okay. Ich muss sagen, beim Reifenmanagement-Test bin ich gar nicht klargekommen. Also vor allem im zweiten Sektor, so diese langgezogenen Kurven, vielleicht wisst ihr ja welche ich meine. Ja, die waren irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß, da bin ich aber nicht klargekommen damit. Aber der Rest war ganz okay und ja, kleine Änderung zur letzten Folge. Wir gehen jetzt auf ultimative KI. Ich hab mich jetzt endlich dazu entschlossen, weil... Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, das wäre das beim letzten Mal irgendwie... Ich weiß nicht. Wir hätten nicht so leicht beim letzten Mal auf diese Position kommen sollen, wie... Ja, auf die wir gekommen sind. Ich will jetzt nicht spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber... Äh, ja, obwohl... Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wieso schaut ihr euch dann das hier an? Also wir waren Vierter. Und wir sollen... Also man sollte nicht mit einem Renault Vierter werden. Obwohl es klar ein komisches Rennen war, aber... Ja, trotzdem. Das hätte nicht so leicht, äh... Nicht so leicht gehen dürfen, sag ich mal. Deshalb sind wir ab jetzt auf ultimative. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Okay, Leute. Wow! Vierzehnter oder besser. Okay, das wird... Das wird unmöglich. Ähm, ich sag mal, wenn wir... Wenn wir Magnussen besiegen können, das wär... Das wär cool, aber Vierzehnter ist echt ne stark... Also ne hohe Erwartung. Aber naja, gucken wir mal. Wir haben jetzt beide Upgrades erhalten vom letzten Mal, wie ihr ja gesehen habt. Und das bringt uns bei der... Ja, bei der Leistung des Autos ziemlich nah heran an... An McLaren. Also, der ziemlich nah ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ja, sind nicht mehr so weit weg. Und, äh, wir könnten uns auch ein... Ein Upgrade leisten. Ähm, okay. Allerdings warten wir nochmal das Qualifying ab und, ähm... Ja, schauen, wie viele Ressourcen... Schauen dann, wie viele Ressourcenpunkte wir danach haben. Dann können wir uns vielleicht irgendwas Besseres kaufen. Und, äh, ja, Leute. Ich würde sagen, ohne groß drum rumzulabern, legen wir auch direkt los mit dem Qualifying hier in Bach rein. Okay, Leute. Letzte Kurve. Oh, nochmal vernünftig mitnehmen. Ja, das war sogar ziemlich gut, muss man sagen. Das war auch eine ordentliche erste Runde, würde ich mal so behaupten. Der S noch mal auf über die Linie. Und das reicht für Platz 4. Ja, aber wir sind vor Button. Also, das ist... Das ist cool. Okay, Leute. Wir haben jetzt noch ungefähr sechseinhalb Minuten im Qualifying. Und, ähm... Ja, Magnussen ist vier Zehntel vor uns. Hm, also das ist... Wenn man bedenkt, dass das die ultimative KI ist, ist das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, ja, ich freue mich drauf. Das wird eine richtig coole Herausforderung. Auch wenn es nicht leicht wird. Ich habe viele Kommentare auch gelesen, die mir das nicht zutrauen. Aber, ne? Wir sprechen uns nach diesem Rennen. Na, das sollte ich vielleicht lieber nicht sagen. Naja, Leute, mal gucken. Wir müssen vier Zehntel gut machen, um vor unserem Teamkollegen zu sein. Das wird nicht leicht, aber ich denke, dass... Ja, dass wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit rausholen können, weil diese Runde war nicht perfekt. Oh, Leute, wir kommen auf die letzte Kurve zu. Und wir sind sieben Zehntel schneller als auf unserer letzten Runde. Oh, und das war auch perfekt. Das war perfekt, Leute. Perfekt den Bremspunkt getroffen. Wir kommen gleich über die Linie noch mal DHS auf. Und für was reicht das? Oh! Platz 12! Das war gerade ein richtig schwules Geräusch. Platz 12, Leute! Wow! Was war das für eine Runde? Ich habe wirklich alles gegeben. Das muss man auch gegen ultimative KI. Aber das war... Das war der Shit, ey. Okay, Leute, das Qualifying ist zu Ende. Wir sind 13. Im Renault. Hier seht ihr es. Ultimative KI. Ja, Leute! Und das war wirklich unerwartet. Wow! Okay! Also, ne, das an alle, die sagen, ich bin zu schlecht für ultimative KI. Ultimative KI? Hier, guckt euch das an. Nein, Spaß. Aber damit bin ich wirklich zufrieden. Diese Runde war echt perfekt. Also, ne, perfekt war die nicht mal. Aber die war sehr gut auf jeden Fall. Eine perfekte Runde gibt es eigentlich gar nicht, finde ich immer. Aber, naja, Leute. Wir sind drei, ne, vier Plätze vor unserem Teamkollegen. Das ist stark. Und, ja, wir haben beide saubers geschlagen. Beide Renaults. Beide Haas sogar. Und beide Vos Indias. Was geht ab, ey? Okay, Leute. Dann gucken wir uns mal die Ressourcenpunkte an. Das könnte ja ordentlich was geben. Ja, wir bekommen ein paar dazu. Haben jetzt 371. In der Rivalität dürften wir jetzt auch ein bisschen auf Magnussen aufholen. Da sind wir nach dem letzten Rennen hinter ihn zurückgefallen. Aber, ja, das hat eigentlich nicht wirklich Sinn gemacht. Ja, wir sind jetzt fast, fast gleich wieder. Also, wir haben 13 Punkte. Er hat 14. Das ist sehr schön. In der Fahrerposition dürften wir jetzt noch weiter nach vorne gehen. Und zwar schon in den Liedern im Bereich. Also, so schnell geht das, Leute. Und, ähm, ja, dann gucken wir uns mal an, ob wir uns irgendwelche Upgrades leisten können. Weil ich will jetzt wirklich versuchen, einfach bei jedem Rennen irgendein Upgrade, äh, ja, ans Auto zu bringen. Das wird nicht möglich sein, weil je weiter man kommt, desto teurer werden die natürlich. Aber, ja, wir können uns immerhin ein Upgrade für die Treibstoffeffizienz leisten, sag ich mal. Und, äh, ja, das holen wir uns auch. Das sollte dann beim nächsten Rennen in China fertig sein. Und, äh, ja, dann hören wir uns mal das Ziel des Teams für das Rennen an, Leute. Hey, wie geht's dir? Ich hab ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Okay, Leute, Platz 14 oder besser, ja, das, das muss eigentlich das Ziel sein. Also, ich weiß nicht, mich würde es überraschen, wenn wir Punkte holen könnten. Aber wir haben eine ziemlich gute Ausgangsposition, sag ich mal. Und, äh, ja, Kevin Magnussen besiegen, okay, das sollte auch drin sein. Hm. Ich sag mal, mein Ziel wird es sein, einfach, wenn wir einen Punkt holen können oder so, das wär nett. Ähm, wie gesagt, es wird jetzt das, ne, okay, nicht das erste Rennen auf Ultimativa KI, aber das erste im Renault. Also, das wird nochmal was komplett anderes als mit dem Ferrari in der letzten Saison. Also, mal schauen, Leute, Punkte wären cool, aber, ja, falls wir das nicht schaffen sollten, wäre ich nicht unzufrieden. Ja, mal schauen einfach. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Legen wir los mit dem großen Preis von Bach rein. Ich weiß nicht, wie gesagt, was wir das nicht verdient. Ich weiß nicht, wie gesagt, was wir das nicht verdient. Und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, we'll go. Wir möchten dich heute auf Platz 14 sehen. Okay, Leute, hier sind wir jetzt in der Startaufstellung vor dem Rennen und wir gucken uns mal die Rennstrategie an. Okay, gut, da oben sieht man, dass es nicht regnen soll, das ist schon mal nice, aber ja, ist auch nicht zu erwarten in Bahrain. Und, ähm, okay, die vorgeschlagene Strategie ist eine 2-Stopp. Ich frage mich, ob man vielleicht eine 1-Stopp-Strategie machen kann, wenn man die Mediums fährt. Okay, nein, Leute, ich habe das jetzt mal so gelassen, dass mit den Mediums wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee, weil die werden dann zum Ende hin so abgenutzt, dass es nicht wirklich schneller wäre, denke ich mal. Wir nehmen ein bisschen weniger Benzin mit. Okay, nicht zu wenig natürlich. Und, ähm, ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die letzte Saison erinnert. Dort war es ja so, da haben wir mehrere, mehr Stops gemacht und das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Deswegen denke ich mal, sollte das auf jeden Fall die richtige Strategie sein, Leute. Und dann legen wir los mit der Einführungsrunde. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir hier Punkte holen können auf Ultimativ. Das wäre richtig, richtig cool. Wir sind die einzigen von denen hier um uns herum, sage ich mal, die auf Supersofts starten. Alle anderen sind auf den Soft-Reifen, also mal gucken, was die mit der Strategie vorhaben. Aber ich denke nicht, dass eine Einstopp möglich ist. Das würde mich wundern. Okay, Leute, hier fahren wir jetzt in unsere Startposition und, äh, ja, die anderen sind auch schon fast, äh, fast angekommen, sage ich mal. Ja, mal schauen, was hier möglich ist. Wie gesagt, es wird ein interessantes Rennen. Und, ähm, ja, in den ersten Kurven hier in Bahrain kann man normalerweise ziemlich viele Plätze gut machen, wenn es, ja, wenn es gut läuft. Von daher, ja, wenn wir mal schauen, ob wir davon irgendwie Gebrauch machen können. Alles klar, Kai. So, jetzt sind aber alle bereit, Leute. Da kommen gleich die fünf roten Lichter zum zweiten Mal in dieser zweiten Saison hier. Und es geht los hier beim großen Preis von Bahrain. Wir hatten einen, ja, okay, einen durchwachsenen Start, sage ich mal. War jetzt nichts Besonderes. Aber wir gehen jetzt einfach mal ganz aggressiv hier innen rein in, in die erste Kurve. Das war wirklich sehr aggressiv. Wir berühren uns mit Sainz. Und wir sind vor auf Platz sechs, Leute. Oh mein Gott, wir haben wie viele Plätze gewonnen? Sieben Plätze gewonnen in dieser ersten Kurve. Klar, ich muss zugeben, das war sehr aggressiv. Aber, äh, ja, warum nicht, ne? Alle anderen waren da eher, ja, ziemlich entspannt. Wow, Leute. Okay, das war ein Megastand. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Oh, Ricciardo und Verstappen gehen hier Rad an Rad durch diese schnelle Schikane. Dadurch sind sie ziemlich langsam. Und wir gehen vorbei an beiden Red Bulls. Oder zumindest an Ricciardo. Mal schauen, ob Verstappen da nochmal dagegen halten kann. Oder ne, wer ist das hier neben uns? Doch, das ist Verstappen. Er hat jetzt die Innenseite. Wir kommen weit raus auf den Scheißsand. Und haben uns dadurch ein bisschen verbremst. Okay, das war, das war nicht so gut. Aber wir sind vor auf Platz fünf. Was für ein Start, Leute. Das habe ich gar nicht erwartet, ey. Wir hauen gerade schnellst den ersten Sektor raus. Und was ich eigentlich sagen wollte, wir können ganz gut mithalten hier mit Verstappen vor uns. Also klar zieht er ein bisschen weg. Aber ich meine, wir sind in einem Renault. Also, ja, das ist echt überraschend, dass unsere Pace hier im Anfangsstint so gut ist. Jeff sagt, dass es nicht regnen soll gut. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich erwartet. Oh, ein bisschen verbremst in der ersten Kurve, Leute. Aber Ricciardo war leider, oder zum Glück, für uns nicht nah genug dran. Mal gucken. Jetzt wird er aber einen kleinen Run bekommen in die, ich glaube, dritte Kurve. Oder vierte, keine Ahnung, wie auch immer. Wir verteidigen einfach mal die Innenseite. Das sind alles eigentlich keine wirklichen Gegner für uns. Also, normalerweise sollten wir keine Chance haben gegen Ricciardo und vor allem gegen Vettel dahinter. Aber, naja, mal gucken. Vielleicht können wir die ja ein bisschen hier aufhalten. Und, ähm, ja. Keine Ahnung. Oh, wieder verbremst. Also, die Reifen sind nicht mehr so ganz, nicht mehr so ganz am Start. Und Ricciardo ist jetzt direkt hinter uns. Er hat DHS. Wir versuchen nochmal, das zu verteidigen. Ah, okay, aber man muss sagen, das, dass er einen Renault-Motor hat, genauso wie wir, das hilft uns so ein bisschen. Aber hätten wir hier einen Mercedes hinter uns, dann, ja, hätten wir keine Chance. Aber so ist das ziemlich nice im Moment. Und die Ersten gehen schon an die Box. Das war, glaube ich, ein Mercedes-Rosberg. Und wer noch? Keine Ahnung. Irgendjemand war da auf jeden Fall noch an der Box. Da kommt Ricciardo jetzt mit der S. Oh, da können wir das nochmal über außen irgendwie verteidigen. Ah, nee. Weiter rausgekommen. Wir haben jetzt aber die Innenseite für diesen kleinen Knick. Das hat uns allerdings nichts gebracht. Mal schauen, ob wir uns jetzt in den Windschatten hängen können. Und ihn vielleicht in der nächsten Kurve ausbremsen können. Ja, wir kommen ran. Wir kommen ran, Leute. Und gehen innen vorbei. Vielleicht. Mal schauen. Ja, das sieht, das sieht, na, sieht das gut aus. Trauen wir uns hier noch? Nein. Das wäre ein bisschen riskant gewesen, Leute. Und ehrlich gesagt kann man es auch nicht wirklich erwarten, dass wir ihn allzu lange hinter uns halten können. Das ist eh ein Wunder, dass wir hier gerade auf Platz 4 rumfahren. Oh, und auch Ricciardo geht an die Box. Und noch jemand, der da vorne war. Und Vettel auch. Okay, also es könnte sein, dass die alle auf so einer bisschen anderen Strategie sind, sag ich mal. Auf jeden Fall werden wir jetzt aber alle einen Undercut bekommen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir, wenn wir dann unseren Stop machen, hinter Vettel zurückfallen. Das ist schade, aber... Ja, ist auch irgendwie kein Wunder. Okay, man muss sagen, die Supersoft-Reifen sind auf dieser Strecke nicht so... Nicht so nice. Oder generell alle Reifen irgendwie. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Äh, ja. Das ist das beim Training. Da war das auch so schwierig mit diesem Reifenmanagement-Zeug. Also... Boah. Komm schon, willst du mich verarschen, Mann? Was ist denn hier los? Okay, Leute. Wir kommen jetzt auch an die Box für einen Satz der Soft-Reifen. Oh, mal gucken. Wo muss man hier bremsen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Und... Ja, das wird unser erster von zwei Stops, wie ihr ja schon vor dem Rennen gesehen habt. Mal gucken, wo wir rauskommen. Uns werden auf jeden Fall jetzt ein paar Leute überholen. Und zwar die, die auf den Softs gestartet sind, logischerweise. Aber ich hoffe mal, dass die dann auch noch... Äh... Noch zwei Stops machen. Wenn nicht, dann wäre das ein bisschen scheiße für uns. Ich bin jetzt gespannt, ob Vettel uns überholen wird. Wahrscheinlich schon. Ich meine, er konnte jetzt eine Runde auf frischen Reifen fahren. Na, da. Da kommt Vettel. Ja, okay. Er ist schon ein Stück vor uns, aber... Aber gar nicht mal so weit. Da kommt jetzt auch noch Button. Den würde ich gerne hinter uns halten. Und das haben wir auch geschafft, Leute. Platz 15. Oh, da kommt Bottas jetzt, Leute. Ja, das ist kein Auto, das man unbedingt auf einer Gerade hinter sich haben will. Aber naja. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn er uns überholt. Wie gesagt, wir sind im Renault. Also das sind alles eigentlich keine Autos. Äh, ja, die wirklich unsere Konkurrenten sind, sag ich mal. Da kommen jetzt ein paar Leute aus der Box. Mal gucken, ob wir die alle bekommen können. Ja, da kommt jetzt Bottas. Aber das ist hoffnungslustig, gegen ihn zu verteidigen. Und wir sind vorgekommen auf Platz 12. Bottas lässt uns außen wenig Platz. Aber ja, er ist vorbei. Das ist auch, wie gesagt, sehr, sehr schwer, sich mit einem Renault vor einem Williams auf der Gerade zu verteidigen. Oh, da steht jemand. Vettel. Was ist denn da passiert, ey? Okay, Leute. Hier sehen wir Vettels Onboard. Er versucht, einen Männer zu überholen. Harianto ist das, glaube ich. Und. Okay. Okay, Vettel. Alles klar. Und da sind jetzt noch einige an der Box. Ich schätze mal, das sind alles Leute, die auf den Softs gestartet sind. Das bringt uns vor auf Platz 9. Okay. Oh, Bottas und Harianto. Was machen die da, Leute? Die haben sich ganz schön abgerämpft jetzt gerade. Das wird uns ziemlich nahe ranbringen an Harianto. Er hat aber allerdings auch noch nicht gestoppt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich auf Platz 8 hier gerade ist. Oh, da gehen ziemlich viele an die Box. Wer... Nee, Harianto, wie ich es vermutet habe. Unser Teamkollege Magnussen. Und auch Bottas. Das bringt uns wieder vor auf Platz 6. Also da, wo wir ungefähr vor unserem Stop waren. Das ist richtig nice, Leute. Oh nein. Oh man, das war gerade knapp. Diese Kurve ist richtig schwer, muss man sagen. Vor allem mit dem Renault, der ohnehin nicht viel Grip hat, sage ich mal. Nicht viel Abtrieb. Also, ja, das ist so ein kleines Problem. Aber ich soll mich... Ich sollte mich lieber nicht beschweren. Wir sind hier auf Platz 6. Aber ich muss sagen, auf ultimativer KI muss man sich wirklich sehr konzentrieren. Also man kann... Ja, man kann sich nicht solche kleinen... Kleinen Fehlerchen erlauben, wie auf... Wie auf Legende. Das mag ich aber. Das ist eine nice Challenge. Allerdings rede ich deswegen vielleicht auch so ein bisschen weniger und ein bisschen konzentrierter. Also ich hoffe, das stört euch nicht. Okay, Leute. Jeff hat eine alternative Strategie für uns. Und nein, das werden wir nicht machen. Ich meine, wieso sollten wir... Wieso sollten wir jetzt auf die Mediums gehen, wenn wir auch einfach auf die Softs gehen können? Okay, die Reifen sind schon ziemlich abgenutzt. Das ist... Ja, das könnte man sich wirklich überlegen. Aber ich will nicht wirklich auf den langsamsten Reifen sein hier im Renault. Das ist... Ja, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Wir machen einfach die geplante Strategie. Das heißt, wir kommen in Runde 18 rein und holen uns einen Satz der Softs und fahren damit dann zu Ende. Okay, Leute. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir werden doch jetzt reinkommen für einen Satz der Mediums und werden dann zu Ende fahren. Weil, ja, diese Reifen sind schon nicht mehr so gut. Also wir werden sie jetzt noch ein bisschen... Ja, ein bisschen länger rausziehen, sag ich mal. So bis Runde 15, 16. Und dann gehen wir auf die Mediums. Weil ich glaube nicht, dass man das... Dass man würde es schaffen. Aber wir werden halt ziemlich langsam. Und, ähm, ja, Peres ist jetzt schon direkt hinter uns. Also, mal gucken. Ich glaube, es ist ein bisschen schlauer, wenn wir auf die... Wenn wir doch auf die härtesten Reifen gehen. Weil der Reifenverschleiß ist hier echt nicht normal in den Bach rein, ey. Oh, da kommt Peres jetzt mit der S. Okay, alles klar, Peres, ne? Erinnert ihr euch noch an Sainz in der ersten Saison? Der genau sowas gemacht hat. In genau derselben Kurve. Oder an genau derselben Stelle. Das war gerade... Ja, danke dafür. Okay, Leute. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, was soll das denn? Sowas verstehe ich immer nicht. Warum fährt er uns einfach hinten rein, Mann? Geht doch irgendwie nach rechts oder links oder irgendwo hin. Aber nicht einfach in uns rein, Mann. Okay, Leute. Wir sind am Ende von Runde 15. Und wir kommen jetzt rein für einen Satz der Mediums. Und der wird uns dann hoffentlich schön entspannt. Und auch hoffentlich schnell zum Ende des Rennens bringen. Keine Ahnung, was ich hier gerade gesagt habe, Leute. Und wir brauchen jetzt einen guten Stop. Und dann müssen wir einfach versuchen zu pushen auf diesen Mediums. Weil ich denke, die werden auf jeden Fall locker bis zum Ende halten. Mit den Softs wäre das echt knapp geworden. Weil die waren jetzt schon bei 50%. Und wir hätten noch drei Runden auf den machen können. Und danach hätten wir ja noch einen Satz Softs bekommen. Und hätten genau die gleiche Distanz mit denen fahren müssen. Also, ja. Ich denke mal, es ist schlauer jetzt auf die Mediums zu wechseln. Wir werden jetzt ziemlich weit hinten rauskommen. Auf Platz 17. Allerdings müssen die meisten hier nochmal stoppen. Also, ja. Denke ich mal, sieht das gut aus. Dass wir hier zumindest ein, zwei Punkte mitnehmen können. Oh, innen vorbei in der letzten Kurve. Ich denke, wir sollten DRS bekommen haben. Und wir sind vorbeigekommen, Leute. Das war sehr gut. Da vorne gehen jetzt einige schon an die Box. Mal gucken, wo uns das hinbringen wird. Ich hoffe mal, für... Nee, die Punkte wird es nicht ganz... Also, für Punkte wird es nicht ganz reichen. Momentan. Aber Platz 13 immerhin. Oh. Arianto hat Probleme. Wow. Okay. Okay, Leute. Was war das denn, ey? Ey, was ist da denn passiert? Jeff hat gesagt, Arianto hat Probleme mit seinem Auto. Da dachte ich mir, oh. Easy innen vorbei. Und dann... Passiert das hier. Moment, Moment. Das will ich nochmal aus so einer anderen... Anderen... Perspektive sehen. Okay, Leute. Hier sehen wir das nochmal. Er hat einen Reifenschaden hinten links, sehe ich gerade. Und... Okay. Okay. Da hat er uns schon so ein bisschen wenig Platz gelassen innen, oder? Und was... Was ist das hier dann eigentlich? Warum bleibt der stehen? Diese KI hier ist manchmal ein bisschen komisch. Okay. Da sind noch mehr Fahrer jetzt an der Box. Mal schauen, ob wir vielleicht zwei von denen bekommen können. Das würde uns immerhin auf Platz 10 bringen und somit in die Punkte. Ja, Leute. So ist es auch. Und wir haben jetzt nur noch elf Runden in diesem Rennen. Oder zehn Runden. Keine Ahnung. Es sieht gut aus. Wir könnten hier wirklich ein, zwei Pünktchen holen im Renault auf ultimativer Schwierigkeit. Das wäre wirklich richtig nice, ey. Oh, da ist noch jemand an der Box. Gutiérrez ist das, glaube ich. Und das wird ziemlich knapp, denke ich mal. Ja, gegen sogar eigentlich, Leute. Platz 9. Das wären zwei Punkte. Das wird ja immer besser. Oh, da ist noch jemand an der Box. Bottas. Stimmt. Den habe ich ganz vergessen. Auch ihn werden wir bekommen, Leute. Platz 8. Was geht? Oh, Leute. Wir haben Peres jetzt direkt hinter uns. Und das wird alles andere als einfach das... Das zu verteidigen. Okay, der Magnussen geht an die Box. Das hätte mich auch wirklich gewundert, wenn nicht. Das wird uns vorbringen auf Platz 7. Und das heißt, selbst wenn uns diese drei, die jetzt hinter uns sind, überholen, wären wir immer noch in den Punkten. Aber trotzdem werden wir natürlich alles versuchen, um hier vorne zu bleiben. Innen rein. Oder innen, keine Ahnung. Vorbei an Peres. Das ist sehr gut, Leute. Platz 7. Also, wenn wir das halten könnten, das wäre der Shit. Obwohl es... Es wird sehr schwer. Es wird sehr, sehr, sehr schwer. Da kommt Gutierrez. Aber... Okay. Wir konnten vorne bleiben. Aber das wird wirklich alles andere als leicht, das jetzt noch... Was ist es nicht? Sechs oder sieben Runden durchzuhalten. Oh, da kommt Gutierrez mit DAS, Leute. Oh, guckt euch diese Ferrari-Power an. Mal schauen, ob wir innen wieder zurückkommen können. Ja, rechtzeitig bremsen. Er wird jetzt leider die Innenseite halten. Aber mal gucken, vielleicht können wir... Oh, nein. Das war ganz knapp. Da wären wir fast gestorben. Oh, und da ist Peres und Grosjean auch vorbei. Oder sind Peres und Grosjean auch vorbei? Shit. Das war nicht das, was wir gebraucht haben, Leute. Überhaupt nicht. Innen vorbei. An Peres. Nein, noch nicht ganz. Aber wir werden jetzt gleich DAS haben auf dieser kleinen Gerade. Okay, er hat leider auch DAS auf Grosjean. Oh, das ist nicht das, was wir brauchen. Aber die sind hier alle ziemlich eng beieinander. Das ist immer gut, weil dann bremsen die sich gegenseitig auch so ein bisschen ab. Und ja, das verhindert dann, dass die von uns wegziehen können. Hinter uns sitzt aber auch schon Bottas auf Soft. Also, das könnte echt noch passieren, dass wir hier aus den Punkten rausfallen. Das wäre sehr ärgerlich, das so einem Rennen. Oh, da kommt Peres jetzt wieder zurück, Leute. Das war vielleicht nicht so schlau, ihn vor der letzten Kurve zu überholen, weil er dadurch halt DAS bekommen hat. Allerdings haben auch wir DAS auf Grosjean und gehen innen vorbei. An beiden, was ist denn mit den Bremsen los? Das hat irgendwie gerade alles nicht so ganz funktioniert, aber die haben auch sehr früh gebremst, muss man sagen. Okay, sehr gut. Dadurch haben wir immerhin Grosjean überholt und sind auf Platz 8. Also, damit wäre ich mehr als zufrieden. Ich wäre auch mit Platz 10 schon mehr als zufrieden. Aber ja, wenn mehr drin ist, dann will man natürlich auch immer mehr haben. Leute, aber guckt euch mal an, wie die Reifen aussehen. Und das sind die Mediums. Wenn wir jetzt auf die Softs gegangen wären, dann wären wir absolut gestorben. Und das wird ein hart erkämpfter Punkt, wenn wir den bekommen können. Weil wir haben schon so eine kleine Schlange jetzt hinter uns. Da kommt Grosjean im Windschatten. Ei, ei, ei. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen früher gebremst. Dadurch sollten wir DAS bekommen haben. Wir haben sehr viel früher gebremst. Okay, mal schauen, ob sich das gelohnt. Das war nicht mal beabsichtigt. Aber wir haben wirklich DAS bekommen. Ah, okay, da kommen jetzt allerdings Peres und Bottas. Nein, 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 nein. Wir sind auch auf Mager, weil wir ein bisschen Benzin sparen müssen. Was geht hier ab? Oh, innen vorbei. Zumindest an Bottas, bitte. Diesen einen Punkt will ich haben. Ich denke, das hätten wir uns echt verdient nach so einem Rennen. Äh, nein. Oh, oh. Okay, Leute, ich glaube, wenn nichts Komisches passiert, dann war es das leider mit den Punkten. Also, ja, das ist auch nicht... Also, wir gehören momentan nicht in die Punkte. Also, das ist schon okay, aber es ist trotzdem... Äh, rechtzeitig bremst. Es ist trotzdem sehr enttäuschend nach so einem guten Rennen, wo wir wirklich, ja, einen Großteil eigentlich in den Punkten verbracht haben. Weil ich denke, das, was uns hier getötet hat in diesem Rennen, ist der Reifenverschleit. Und guckt euch mal an, wie die Reifen aussehen. Und das sind die härtesten. Wir fahren seit, was weiß ich, Runde 16 auf den oder so. Also, seit elf Runden. Das ist wirklich nicht so viel. Oh, bitte, 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 ist da jemand langsam. Gut, hier ist es draußen, Leute. Er hat einen Motorschaden. Er hat einen Motorschaden. Das bringt uns zurück in die Punkte. Allerdings ist Alonso halt auch direkt hinten dran. Oh, bitte. Das wäre so nice, wenn wir diesen Punkt jetzt bekommen würden. Komm schon. Ich glaube, das haben wir uns wirklich verdient nach so einem Rennen. Das wäre echt schade, hier, äh, ja, ohne Punkte rauszugehen. Aber es wird echt nicht leicht. Oh, da kommt Alonso mit der S. Komm schon, du scheiß Renault-Motor. Gib Gas, Mann. Da sind, äh, Massa und Alonso jetzt innen, Leute. Oh, Massa hat uns einfach beide überholt. Aber wir bremsen als letztes und könnten vorbei sein. Massa wird da innen jetzt nochmal, äh, seine Nase reinhalten. Aber es hat ihm nicht wirklich was gebracht. Er hat jetzt allerdings einen kleinen Run auf uns in die vierte Kurve hinein. Oder die, wie viel da auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Rechtzeitig anbremsen, Leute. Okay, okay, so lang ist dieses Rennen nicht mehr. Es ist danach nur noch eine Runde. Wenn wir das halten könnten, ey, bitte. Das wäre so cool. Aber da kommt das Feuerwerk. Oh mein Gott. Wenn wir das schaffen, in die Punkte zu kommen, in einem Renault. Auf ultimativer KI, muss man sagen. Das, das wäre wirklich, wirklich richtig Hammer. Mal gucken. Also Massa wird jetzt noch eine große Chance haben. Hier auf dieser DHS gerade. Das heißt, wir müssen jetzt rechtzeitig anbremsen. Wir können eigentlich nicht mehr allzu viel fett fahren. Stellen mal auf Standard und gucken, ob das reicht. Ja, wir konnten uns ein bisschen absetzen. Dadurch, dass, wie gesagt, Alonso Massa ein bisschen attackiert hat. Und das reicht, um vorerst vorne zu bleiben. Es kommt allerdings noch mal diese kleine Gerade vor der letzten Kurve. Und dann noch mal natürlich der Run zu Start und Ziel. Das wird auch nicht angenehm. So, jetzt rechtzeitig bremden. Das ist wichtig. Okay, nur damit ihr euch vorstellen könnt, was hier gerade abgeht. Guckt euch mal diese Reifen an. Wo mehr sage ich dazu nicht. Da kommt Massa, Leute. Letzte Kurve dieses Rennens. Wir verteidigen innen. Oh, wird das spannend, wird das spannend, wird das spannend. Komm, lass ihn keinen Platz, Kai. Ja, Leute. Das könnte es gewesen sein. Ja, das sieht gut aus. Wir stellen noch mal noch fett auf den letzten Metern, Leute. Kommen wir über die Linie und holen einen Punkt für Renault. Auf Ultimativ. Ja, Mann. Ja, Leute. Oh, dieses Finish schon. Das war... Oh, ja. Wir haben es geschafft. Das habe ich nicht gedacht, Leute. Wow. Sehr gut, ey. Oh, Leute. Das war wirklich die Hölle jetzt in den letzten Runden. Also, der Reifenverschleiß hier ist so hoch auf dieser Strecke. Ich weiß gar nicht, warum, weil... Okay, weiß nicht. Ist das immer so gewesen? Oder ist das vielleicht der Renault, der jetzt nicht, ja, so gerade nett mit den Reifen umgeht? Ich habe keine Ahnung. Hamilton hat das Rennen auf jeden Fall gewonnen. Also, Glückwunsch. Kimi ist zweiter. Bei Kimi läuft es ziemlich gut. Ich glaube, er hat das erste Rennen gewonnen. Jetzt Platz zwei. Also, das ist nicht schlecht. Und Verstappen ist dritter geworden. Ist natürlich auch cool für ihn. Aber das Wichtigste ist, wir haben ein... Einen Punkt, Leute. Und ich muss sagen, über diesen Punkt freue ich mich gerade mehr als über den vierten Platz im ersten Rennen. Weil, ja, das war jetzt wirklich hart erkämpft. Und es war auf der schwierigsten KI-Stufe. Also, jetzt... Jetzt kann mir keiner von euch sagen, dass ich die KI hochstellen soll oder so. Okay. Hier sehen wir nochmal das komplette Rennergebnis. Wie gesagt, Hamilton hat gewonnen vor Kimi Verstappen. Dahinter war Rosberg, Ricciardo, Queat, Grosjean, Bottas, Perez und wir holen uns den letzten Punkt in diesem Rennen. Das war auch richtig knapp zwischen uns, Massa Alonso und unserem Teamkollegen. Vettel hat, ja, nach dieser komischen Aktion mit Werlein nur Platz 14 belegt. Das ist schade für ihn, weil, wow, wenn man sich unsere schnellste Rennrunde anguckt. Die war echt nicht... Ne, okay, war gar nicht so schlecht. Ich wollte sagen, die war ziemlich scheiße, aber es ging eigentlich. Es gab auch andere, die 1,35er-Zeiten gefahren sind. Sainz und Gutierrez sind ausgeschieden. Gut, sonst irgendwelche großartigen Überraschungen? Ich habe keine Ahnung. Die größte Überraschung ist wahrscheinlich, dass wir hier in den Punkten sind. So, hier seht ihr es auch nochmal. Wir sind wirklich auf Ultimativ. Und, äh, ja, Leute. So, dann werfen wir noch einen Blick auf die WM. Dort sind wir jetzt zurückgefallen auf Platz 6. Ja, also, ich sag mal, wenn wir in dieser Saison so innerhalb der Top 10 irgendwo sein können am Ende, dann wäre das... Ja, dann wäre das cool, dass wir werden nicht mal annähernd irgendwie um die WM mitkämpfen im Renault. Also in der ersten Saison zumindest nicht. In der zweiten Saison wird das dann das Ziel sein. Aber, ja, jetzt momentan ist das Auto einfach noch nicht stark genug. Vettel hat nur zwei Punkte geholt in den ersten beiden Rennen. Und, ähm, ja, unser Teamkollege hat auch noch keine Punkte. Also das ist natürlich, äh, ja, cool. Also, ich weiß nicht, vielleicht können wir ja der erste Fahrer bei Renault werden. Das wäre natürlich nice. Das haben wir in der letzten Saison bei, sorry, bei Ferrari nicht geschafft. Und in der Konstrukteursrangliste liegen wir jetzt auf Platz 6. Ja, also ich meine, wir sind die einzigen, die bisher Punkte geholt haben. Da kann man nicht viel mehr erwarten. Ich sag mal, wenn wir hier so bleiben könnten, wäre das okay. Vielleicht können wir McLaren noch schlagen, weil, okay, die sind ziemlich, ziemlich weit vorne. Also da sollten die eigentlich nicht sein, denke ich mal. Aber, naja, wir haben auch nur zwei Rennen bisher in dieser Saison gefahren. Also, da kann sich auch einiges ändern. Okay, Leute, hier sehen wir jetzt die Ressourcenpunkte. Wir haben 121 dazu bekommen, haben jetzt 242. Okay, also komischerweise haben wir genau das Doppelte von dem, was wir bekommen haben. Das ist ein bisschen lustig. In der Rivalität sollten wir jetzt vor Kevin Magnussen kommen. Es sei denn, er hat eine schnellere Runde. Aber komm, das wäre ärgerlich. Ich meine, wir haben in den... Komm schon. Fuck you, Alter. Wir haben in den ersten zwei Rennen Punkte geholt. Und er, er nicht. In der Fahrerposition. Da könnten wir jetzt tatsächlich auf 10 Punkte kommen. Ja, werden wir auch, Leute. Also das ist sehr schön zu sehen. Und, ähm... Ja, hat uns das Team vielleicht irgendwas zu sagen? Manchmal sagen die ja was, wenn man sich gut anstellt. Nein, anscheinend nicht, Leute. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Rennen in... China? Ich glaube schon. Bitte? Ja, in China wieder, Leute. Das war ein sehr, sehr cooles Rennen. Die ersten Punkte auf Legenden-KI im Renault. Das ist... Ne, auf Ultimativer-KI im Renault. Das ist richtig nice. Und, ähm... Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall weitermachen auf Ultimativ. Weil das ist einfach viel spannender als auf Legende. Zumindest sehe ich das so. Weil, ich meine, es war schon ein bisschen unrealistisch, dass wir einen vierten Platz geholt haben. Direkt im ersten Rennen. Und, ähm... Ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es sich gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Vielen, vielen Dank fürs zu Ende schauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal in China, wie gesagt. Wieder haut rein. Bis dann. Und ciao.